Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es zum einen um diesen Druck der venezianischen Gondeln und es geht ergänzend geht es um das hier, um ein Grafiktablett. Denn mit dem Grafiktablett habe ich das Bild der venezianischen Gondeln bearbeitet und das habe ich mit dem Grafiktablett gemacht. Und warum ich das mit dem Grafiktablett gemacht habe und wie ich das mit dem Grafiktablett gemacht habe, das gucken wir uns gleich an. Vorher beschäftigen wir uns aber mit dem Grafiktablett. Wenn ihr euch mit Grafiktabletten auseinandersetzt, wenn ihr vielleicht sogar eins habt, dann wisst ihr sicherlich, dass die Firma Wacom, ich sage mal noch vor 10, 15 Jahren, der ultimative Marktführer war. Es gab auch fast nichts anderes. Ich habe gesagt ganz bewusst fast. Es gab zwar den einen oder anderen Anbieter, aber Wacom war extrem marktdominant. Und es hatte unter anderem damit zu tun, dass sie wirklich die besten Grafiktabletten hergestellt haben. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich da aber einiges geändert. Und ich habe ja auch in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Grafiktabletten getestet und euch vorgestellt, die sämtlich von Anbietern aus China kamen. Und die waren alle sehr gut. Ich hatte an keinem was Wesentliches auszusetzen. Man konnte mit allen hervorragend mit dem Grafiktablett und mit dem zugeordneten Stift arbeiten, retuschieren. Und jetzt gibt es seit kurzem einen neuen Anbieter. Das ist die Firma Xenz Labs. Und die Firma Xenz Labs wurde gegründet von zwei Mitarbeitern, die ehemals bei Wacom bearbeitet haben. Ist jetzt auch ein US-amerikanisches Unternehmen, dennoch mit dem Firmensitz, zumindest mit der Firmenzentrale in Vancouver, Kanada. Ist ja nicht so weit weg von der US-amerikanischen, kanadischen Grenze. Und die Firma Xenz Labs bietet aktuell an, noch gar nicht so viel, aber das, was wir uns heute angucken, auf jeden Fall. Zwei Grafiktablettgrößen. Und was wir uns heute angucken, ist das Grafiktablett in der Größe Medium, also das größere der beiden, die die Firma anbietet. Und wir gucken uns das komplette Bundle an, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Also, dahin der Hinweis, das, was wir uns heute angucken, an Hardware. Das Xenz Labs Medium Bundle wurde mir kostenfrei von der Firma zur Verfügung gestellt. Ergänzend gehört natürlich dazu der Stift. Falsch. Es gehören dazu zwei Stifte und die sind in so einer schönen Box. Und da sind die Stifte drin. Da ist der Dongle drin, damit man das Ganze auch drahtlos verwenden kann. Man kann es auch drahtgebunden verwenden, aber ich benutze das lieber drahtlos. Ich habe meinen gesamten Schreibtisch drahtlos. Und da sind auch drin eine ganze Reihe von Ersatzspitzen, die grauen und die schwarzen. Die grauen sind ein bisschen rauer, die benutze ich tatsächlich lieber. Ich habe beide ausprobiert, weil sie wirklich so ein Gefühl von Stift auf Papier geben. Und da sind, wie gesagt, drin zwei Stifte. Ein dickerer, der den Wacom Stiften ähnlich ist von der Größe, der hat sogar eine dritte Taste. Und ein dünnerer Stift, der hat klassischerweise diese Wippe mit zwei Tasten. Und den benutze ich persönlich lieber. Aber das ist eine ganz persönliche Geschichte, weil ich generell lieber mit dünnen Stiften, auch mit dünnen Kugelschreibern beispielsweise, schreibe. Und was noch dazu gehört, da machen wir das Ganze komplett, ist diese wunderschöne Tasche. Nein, die ist wirklich gut. Die ist sehr gut gefüttert. Da kann man das Tablet für den Transport reintun. Und da passt sogar mein 13 Zoll MacBook Pro rein. Das habe ich auch schon, ich habe die Tasche da schon jetzt benutzt, als ich die letzte Zeit unterwegs war für mein MacBook Pro. So, und jetzt gucken wir uns erstmal das Grafiktablett mit den wesentlichen Eigenschaften an. Und dann gucken wir uns an, wie ich dieses Bild gemacht, retuschiert habe. Kommen wir aber zunächst zur Verarbeitung. Das können wir wirklich so kurz wie irgendwie möglich machen. Die Verarbeitung aller Komponenten. Tablet, das Tablett, der Express Key. Die Express Keys, die Schnelltasten, die auf einer separaten, in einem separaten Gehäuse sind. Die Stifte und alles, was dazu gehört, ist einfach einwandfrei top verarbeitet. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt nichts dran zu meckern. Kommen wir zur Handhabung und zur Ergonomie. Und da gucken wir uns gerade mal ganz kurz die einzelnen Komponenten an. Ich werde jetzt nicht auf jedes technische Detail eingehen. Das will, glaube ich, auch in so einem Review keiner wissen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Webseite der Firma Xenslabs. Aber fangen wir an mit dem Tablet. Ich habe schon gesagt, es ist sehr gut verarbeitet. Die Folie, die da oben drauf ist, liegt wirklich absolut plan. Da hatte ich auch schon wirklich andere Tablets. Und es ist wirklich sehr reduziert. Das hat den Vorteil, es ist relativ klein, obwohl es die Größe 262 mm mal 100, ich glaube, 147 mm hat. Ist auch ein 16 zu 9 Format, wie also viele Monitore auch. Und ist dadurch ein bisschen breiter als das Wacom Intus Pro. Das die gleiche Höhe hat, aber nicht ganz so breit. Wenngleich, das ist vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Aber wenn ihr einen 16 zu 9 Formatigen Monitor habt, dann bildet natürlich das Tablet dann auch genau dieses Format ab. Und da drauf sind drei Express Keys, also drei Schnellwahltasten. Und das finde ich auch sehr gut. Dadurch, wie gesagt, wird es sehr klein. Und ganz, ganz wichtig, das Tablet ist schön vorne angeschrägt, sodass man mit dem Stift arbeitet. Keine Kante hat nichts. Also ist es ein sauberes, fließendes, reibungsloses Arbeiten. Das Ganze ist, ihr habt es schon angesprochen, passiv. Das ist ganz wichtig, dass wir also keinen Akku oder keine Batterie da rein tun müssen. Dadurch wird der Stift natürlich auch nicht schwer, beziehungsweise er bleibt leicht. Und wir haben hier diese Express Keys oder dieses separate Gehäuse mit den Schnellwahltasten. Und das ist wirklich sehr schön gelöst. Ihr könnt das hier sehen, das ist beschriftet und zwar von mir beschriftet. Das ist also ein OLED-Display und das kann ich im Treiber einstellen. Ich kann also selber bestimmen, wann auf welcher Taste der Tasten, die hier drauf sind, welche Funktion liegt. Das Ganze lässt sich anwendungsbezogen steuern. Ihr könnt also für jede Anwendung, mit der ihr das Grafiktablett, mit dem Stift und die Schnelltasten verwenden wollt, könnt ihr die Tasten separat zuweisen. Und ihr habt auch mehrere Ebenen dieser Tasten. Das könnt ihr hier unten wählen, sodass ihr also relativ viele Schnellwahltasten oder Kurzbefehle, Tastaturkürzel und ähnliche Dinge hier drauflegen könnt. Und da sollte man für die meisten Anwendungen und für die meisten Anwendungsfälle eigentlich ganz gut gerüstet sein. Und ihr könnt, ihr könnt das hier sehen, könnt das nicht, aber ich sag's euch einfach, ihr könnt die Ausrichtung der Schrift, die hier auf dem Display steht, könnt ihr ändern. Standardmäßig ist es im Querformat angelegt. Das ist mir aber dann zu breit, deswegen, weil es dann auch weniger Platz neben dem Tablet einnimmt, habe ich mir das Ganze auf die Hochgang-Variante eingestellt. Das finde ich für mich praktischer, aber wie gesagt, das kann man ja machen, wie man möchte. Und ergänzend gibt es hier dann noch dieses Rad. Und damit kann man beispielsweise eine Zoom-Funktion verwenden, damit kann man die Stiftgröße verändern, man kann das Bild größer und kleiner machen, man kann das Bild drehen und all diese Funktionen, die man mit so einem Rad letztendlich machen kann. Und das Ganze funktioniert auch autonom. Ihr könnt also diese Schnellwahltasten, dieses Bedienfeld könnt ihr, wenn ihr wollt, und nicht das Bundle kauft, sondern vielleicht nur ein Grafiktablett habt, könnt ihr auch das nur kaufen und könnt das also unabhängig von dem Tablet benutzen. Und ergänzend noch zum Treiber. Der Treiber ist sehr übersichtlich gestaltet, er ist sehr funktional, das Ganze ist sehr selbsterklärend und der Treiber ist vor allen Dingen, und das erinnert mich zunächst an die Zeit, als ich noch Wacom-Tablets benutzt habe. Auch ich habe mit Wacom-Tablets angefangen, bis ich dann die verschiedenen China-Produkte ausprobieren konnte und dann auch dauerhaft genutzt habe. Ich hatte immer ein Problem mit Wacom, das kann sich inzwischen natürlich sehr geändert haben. Ich hatte immer das Problem, dass der Wacom-Treiber instabil war. Entweder stürzte er ab oder er funktionierte dann immer wieder mal doch nicht bestimmungsgemäß. Das war auf Dauer ziemlich nervig. Die Tablets waren hervorragend, aber der Treiber war immer so der Schwachpunkt. Und das ist zumindest bei dem XenS Labs-Tablet überhaupt nicht der Fall. Der Treiber ist extrem stabil und funktioniert einwandfrei. Und ich habe ja gerade gesagt, ihr könnt über den Treiber dann auch die Express-Keys, wenn ihr das Gerät habt, auch entsprechend konfigurieren. Ihr könnt je Anwendung eigene Tastaturkürzel zuweisen. Was auch ganz wichtig ist, ihr könnt, wie sich das gehört, den Stiftdruck natürlich auch selber einstellen. Gerade wenn ihr in Photoshop, so wie ich das beispielsweise tue, wenn ihr mit dem Stift arbeitet, den Stiftdruck auch für die Deckkraft beispielsweise und auch für die Strichdicke verwendet, dann könnt ihr das tun. Und der neueste Treiber, ich hatte die Firma angeschrieben, weil da gab es noch eine Diskrepanz. Inzwischen gibt es einen neuen Treiber. Man kann über den Treiber, beziehungsweise der Treiber bildet auch wirklich den Stiftdruck, den ich am Treiber einstelle. Den Druck finde ich dann inzwischen auch eins zu eins bei Photoshop wieder. Das finde ich also nicht ganz unwichtig. Da muss man also nicht ewig fummeln, wie stelle ich jetzt den Stiftdruck ein, damit ich den Stiftdruck so habe, wie ich ihn beispielsweise in Photoshop oder in Infinity Photo benötige, sondern das ist jetzt wirklich eins zu eins. Wenn ich den Stiftdruck im Treiber eingestellt habe, entspricht der Stiftdruck auch genau dem, was ich in Photoshop erwarte. Und was ihr damit machen könnt, ihr könnt natürlich auch mit dem Stift sehr schön schreiben, denn der Stift ist sehr präzise. Das ist auch das, was ich von so einem höherwertigen Tablet auch erwarten würde. Aber es funktioniert einwandfrei. Der Stiftdruck ist also sehr präzise, sodass ihr wirklich sehr, sehr schön damit arbeiten könnt, sehr exakt und sehr genau arbeiten könnt. Und das ist ja bei der Retusche auch das entscheidende Kriterium. Wozu man so ein Grafiktablett mit einem Stift sehr gut nutzen kann oder wozu er auch ausgelegt ist, das habe ich ganz kurz schon angesprochen. Was ich beispielsweise nicht mache, wenn ich in der Bildbearbeitung nur die Regler schiebe, dann brauche auch ich kein Grafiktablettstift und den benutze ich dann auch nicht. Das mache ich dann ausschließlich mit der Maus. Das geht hervorragend, das geht sehr präzise. Aber sobald es darum geht, eine Retusche zu machen oder sehr präzise zu arbeiten in der Bildbearbeitung, ganz egal welche, auch in Lightroom, dann greife ich zum Grafiktablettstift. Und deswegen kommen wir jetzt endlich zu den venezianischen Gondeln, denn dieses Foto habe ich eigentlich fast ausschließlich mit dem Grafiktablettstift bearbeitet. Die Bearbeitung an sich ist super simpel, aber wie ihr hoffentlich sehen könnt, sehr wirkungs- und sehr effektvoll. Und was ich gemacht habe und das dann, wie gesagt, wirklich ausschließlich mit dem Stift, das gucken wir uns jetzt mal in Lightroom an. Das ist also die Ausgangsaufnahme, eine Nahaufnahme der venezianischen Gondeln beziehungsweise der Bug-Elemente, die da dran sind. Und das hier ist dann das, was ihr gerade im Druck gesehen habt, das ist die finale Bearbeitung und das ist die Kopie, die ich mir angelegt habe, damit wir das gerade mal bearbeiten können. Und was ich im ersten Schritt gemacht habe, ich habe hier schon mal eine Maske angelegt, denn wenn ich die ausschalte, dann könnt ihr sehen, dann sieht das Ganze ein bisschen flau aus und damit das Ganze ein bisschen knackiger, kontrastreicher ist, habe ich dann also schon mal eine Maske draufgelegt, also ein Verlaufsfilter von unten nach oben, um das Ganze schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt kommt eigentlich die wesentliche Arbeit, die ich mit dem Pinsel gemacht habe. Und deswegen nehmen wir jetzt auch in Lightroom mal den Pinsel und habe, das habt ihr gerade im Druck gesehen, eigentlich alles um die Gondeln schwarz gemacht, damit die wirklich so richtig schön herausstechen und durch nichts anderes die ganze Umgebung, die wir jetzt in der Aufnahme noch sehen können, nicht abgelenkt werden. Und dazu stellen wir die Belichtung auf den maximal geringsten Wert, also auf minus 4 und auch schwarz. Denn wenn wir das nicht tun, nur den einen der beiden Werte nehmen, dann kriegen wir das nicht deckend schwarz. Deswegen ist es ganz wichtig, da müssen wir jetzt immer ein bisschen spielen mit automatischen Maskeen oder nicht, denn ich will eine ganze Reihe von Elementen, will ich gar nicht mit drin haben. Und dann geht das natürlich wesentlich schneller, wenn ich das so mache. Dann können wir den Pinsel auch noch ein bisschen größer machen, dann kann ich, na, das ist schon zu groß, dann lassen wir ihn ruhig mal in der Größe. Dann kann ich nämlich hier erstmal die Ränder übermalen. Das war schon zu viel. Da bin ich schon auf die Seite gekommen, weil ich nämlich automatisch Maskieren nicht an hatte. So, und ihr seht, wie schön das geht. Und ihr hört das möglicherweise auch, dieses leicht kratzende Geräusch. Das ist, wie gesagt, bedingt dadurch, dass ich diese grauen Spitzen genommen habe, die mehr dieses Schreibgefühl Papier auf Stift wiedergeben. So, und jetzt kommen wir langsam an den Punkt. Hier kann ich noch ein bisschen was wegmalen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, da sollte man automatisch Maskieren einschalten. Und dann kann ich einfach schön hier drum rummalen. Deswegen können wir das auch schön in Lightroom machen und brauchen gar nicht in Photoshop, da wir nämlich sehr exakt durch das automatische Maskieren und dadurch, dass wir ja auch den extremen Gegensatz haben von diesen hellen Elementen, sowohl hier die Relingselemente, das funktioniert nicht, müssen wir das wieder ausschalten. So, das wollte ich noch wegnehmen hier. Und der, was sagt, die Relingselemente und hier dieser Bug-Elemente, da funktioniert das automatisch Maskieren ganz hervorragend. Da müssen wir uns also auch beim Malen gar nicht so eine große Mühe geben, damit das gut funktioniert. So, jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Das war falsch. Da ist Lightroom heute mal ein bisschen zu langsam. Ist noch früher am Morgen. Lightroom ist vielleicht noch nicht richtig wach. So, dann können wir nämlich auch da die ganzen Elemente wirklich komplett verschwinden lassen. Auch hier unten haben wir noch was. Pinsel noch ein bisschen kleiner. Da oben ist noch was drin. Hier haben wir noch so eine kleine Ecke. Diesen Fitzel dann nehme ich auch noch weg. Wie gesagt, das geht alles mit dem Stift wesentlich besser und wesentlich genauer, als wenn wir das mit der Maus machen. Das können wir auch noch wegnehmen. So, diese Ösen nehme ich weg. Ich hatte das vorher mal ausprobiert. Das sieht wirklich nicht gut aus mit den Ösen. Die lenken wirklich auch vom Blick her ab. Und dann können wir hier, das hier machen wir noch weg. So ein paar von den Elementen können wir noch wegnehmen. So, ne? Da kommt das automatische Maskieren wieder zur Geltung. Gucken wir aber nochmal, ob wir hier noch was haben. Hier haben wir noch ein paar Elemente. Die können wir auch verschwinden lassen. Hier ist was drin. Und dann, hier ist auch noch was drin. Machen wir den Pinsel noch ein bisschen kleiner. So. So, wie gesagt, das geht mit dem Pinsel wesentlich besser, einfach weil wir diese viel natürlichere Stifthaltung haben, als wir das bei einer Maus haben. So, haben wir hier unten alles raus. Geben wir das mal nach und nach durch. Hier die Elemente nehme ich auch noch weg. Und das hier nehme ich weg, damit wir keine hellen Fitzel haben. Ich habe extra meinen Monitor heute nochmal sauber gemacht, damit ich nicht das Problem habe, dass ich Staubkörner für Flecken halte. Oder umgekehrt. So. Denn da setzt sich dann doch immer mal was ab. Dann können wir hier oben noch weitermachen. So, dann könnt ihr auch schön sehen, wenn man da drüber geht, wie sauber das automatische Maskieren, in dem Fall in Lightroom funktioniert. Denn das soll alles weg sein. Wenn das nachher im Druck auftaucht, sieht das nachher nicht gut aus. Hier haben wir auch noch eine ganze Reihe von Elementen. Da können wir das maskieren, dass wir wieder ausschalten. Können wir hier erstmal drüber malen. So, maskieren wieder ein. So. Auch hier die Öse lassen wir verschwinden. Und hier diese paar Elemente. So. Na, ist immer noch was da. Gut. Gucken wir mal weiter runter. Auch hier haben wir noch so Sachen drin. Das können wir da ausschalten. Da sind noch so ein paar Flecken drin. Das nehmen wir alles mal raus. So streifige Elemente. Ich finde, die stören. Und auch da an der Seite, das würde ich auch eigentlich rausnehmen wollen. Auch mit dem Stift kann man sehr schön ziehen. Das geht mit der Maus auch nicht. Da hat man, das kennt ihr wahrscheinlich irgendwann das Problem, dass dann die Hand total verdreht wird. So. Und lassen wir es sauber auslaufen. Gucken wir mal. Ich würde sagen, hier die Öse, die können wir noch machen. Machen wir das Bild noch ein bisschen größer. Dann das aus. Automatisch maskieren. So. Und ich denke, das sollte jetzt auch für die schnelle Bearbeitung reichen. Wie es geht. Was ich gemacht habe. Ich denke, ist klar. Und dann können wir das Ganze ausschalten. Und dann ist, glaube ich, unsere Retusche fertig. Das ist es. Und was ich dann noch gemacht habe, das mache ich aber jetzt nicht. Denn es geht ja im Wesentlichen um Retusche. Ich bin noch gar nicht fertig. Guck mal hier. Das haben wir vergessen. Also das machen wir. Das machen wir dann jetzt noch. Gehen wir nochmal auf die Maske. Na komm. Und gehen wir auf den Pinsel. Und dann machen wir den noch ein bisschen größer. Und dann lassen wir den ganzen Kram hier. Diese Decke. Heißt das per Sending beim Boot? Ich weiß es gar nicht, ob das bei einer venezianischen Gondel auch per Sending heißt. Das lassen wir auf jeden Fall auch noch verschwinden. Damit wir da keine störenden Elemente haben. Und jetzt, siehst du, wenn du einmal genau hinguckst, sind wir nämlich doch noch nicht fertig. Dann machen wir das noch an. Hier haben wir nämlich auch noch so ein paar Dinger drin. So. Und dann machen wir den Pinsel noch ein bisschen kleiner. Damit wir hier schön an den Rand kommen. Da unten ist auch noch was. Können wir wieder ein bisschen größer machen. So. Schauen wir mal. Das können wir auch noch wegnehmen. Das auch. Noch nicht getroffen hier. Ist da noch was. Hier ist noch eine kleine Ecke. Hier ist noch eine kleine Ecke drin. Das können wir auch noch wegnehmen. Diese hellen Flecken. So. Ich glaube, jetzt haben wir es aber. Das könnte man auch noch wegnehmen, wenn wir schon gerade hier unten sind. Und so weiter und so fort. Und ich denke, das sollte jetzt aber auch reichen. So. Das ist also unsere Ausgangsaufnahme. Das Einzige, was ich jetzt noch abschließend gemacht habe, ist, ich habe hier diese beiden Buchstaben weggenommen. Ganz einfach, weil sie als einzelne Struktur wirklich sich abheben von den anderen beiden Bug-Elementen hier. Und dementsprechend habe ich die verschwinden lassen, sodass am Ende die Aufnahme dann so aussieht. Und ihr könnt sehen, ich habe das Ganze noch ein bisschen in so einem leichten braunen Sepiaton eingefärbt. Ich finde, das sieht dann einfach noch ein bisschen angenehmer, noch ein bisschen wärmer aus als dieses fast rein weiße, was wir jetzt in der Variante hatten. Gibt es negative Dinge beim Xenslabs Grafiktablett, respektive bei dem Bundle? Ganz ehrlich, nein. Ich habe nichts gefunden, was mir negativ aufgefallen wäre, was mich stören würde. Wobei, eine Sache stören, finde ich schade. Was man nämlich nicht gemacht hat, man hat keine Stifthaltung beigelegt. Xenslabs geht auch auf Nachfrage davon aus oder weist darauf hin, es gäbe ja diese schöne, die ist wirklich schön und die ist auch schön schwer. Das heißt, sie liegt auch auf dem Tisch, liegt sie sehr sauber. Diesen schönen Kasten, da kann man den Stift reinlegen. Aber jeder, der mit dem Grafiktablettstift gearbeitet hat oder das auch noch tut, weiß, wenn man den Stift auch mal beiseite legt, den möchte man entweder hinstellen oder hinlegen. Und deswegen habe ich mir beholfen mit einem meiner alten Grafiktabletts und habe mir so eine Ablage genommen. Und da passen auch andere Stifte drauf, sodass ich das Ganze dann da drauf legen kann. Also das ist das Einzige, was wirklich fehlt. Und auch Nachfrage sieht es wohl momentan nicht so aus, als wenn Xenslabs in der Richtung etwas ergänzen möchte. Also, falls euch so eine Stiftablage fehlt, was ihr auch machen könnt, habe ich auch früher mal gemacht. Nehmt ein kleines Glas oder einen kleinen Becher, wo ihr den reinstellen könnt. Das geht auch sehr gut. Oder besorgt euch eine Ablage von einem älteren oder von einem anderen Grafiktablett. Also ich finde es schade, das ist wirklich die einzige Sache, die mir an den Grafiktabletts oder an dem Konzept der Grafiktabletts aufgefallen ist. Ja, kommen wir zum Preis, denn sowas kostet leider auch irgendwas. Und ich sagte es ja schon, Wacom-Qualität definitiv, wenn vielleicht nicht sogar ein bisschen besser. Aber das kann ich jetzt aktuell nicht beurteilen. Ich habe schon lange kein Wacom-Tablett mehr bei der Hand gehabt. Der Preis liegt für das reine Grafiktablett in der Größe Medium, so wie ich das hier auch habe, liegt bei 300 Euro. Also ich habe mal großzügig von 299 Euro aufgerundet. Und nicht uninteressant ist natürlich dann die unverbindliche Preisempfehlung, jeweils unverbindliche Preisempfehlung jetzt, die unverbindliche Preisempfehlung von Wacom. Und die liegt für so ein Tablett bei, jetzt muss ich doch die Brille nochmal aufsetzen, ich lasse jetzt mal auf, bei 380 Euro. Also Sense Labs ist da um einiges günstiger bei, ich würde mal sagen, mindestens gleicher Qualität. Und das ganze Paket, so wie wir es gesehen haben, Grafiktablett, Schnelltasten, die beiden Stifte, wobei das gehört ja zum Tablett dazu und noch diese Tasche. Fehlt da was? Nö. Und diese Tasche kostet dann 390 Euro und das lohnt sich wirklich. Gerade wegen der Express-Keys, ich glaube die kosten alleine, wenn man das Gerät alleine kaufen würde, was durchaus auch eine Überlegung wert ist, kostet glaube ich 120, 130 Euro. Also das ganze Paket ist dann deutlich günstiger mit 390. Und wenn man ein vergleichbares Paket Neudeutsch Bundle von Wacom kaufen würde, kostet das Ganze 470 Euro. Also die Differenz von 80 Euro bleibt. Mein Fazit zum Sense Labs Medium Grafiktablett Bundle. hervorragendes Tablet, exzellent verarbeitet, sehr gute Präzision bei allem, was man damit tut und alles ist sehr durchdacht, insbesondere auch der Treiber, den wir ja brauchen, um uns Tablet Express-Keys schnell tasten und die Funktionsweise des Stiftes zu belegen. Das lässt sich alles sehr, sehr einfach lösen, ist sehr intuitiv und wie gesagt, der Treiber ist extrem stabil. Wenn ihr Interesse habt, nach einem neuen Grafiktablett sucht, in einer hervorragenden Qualität, dann kann ich euch wirklich nur das Sense Labs Grafiktablett im Bundle oder ohne Bundle absolut ans Herz legen.